Ich werde jetzt hier mal sechs Kilometer mit dem Fahrrad fahren, bei 6 Grad minus Eiswind, richtig Schlimmwind und Schneeverwehungen. Und mal sehen was dabei rauskommt. Ja, also bis hierhin gehen die Schneeverwehungen eigentlich noch. Und, aber es gibt garantiert noch Stellen, wo es noch ein bisschen mehr wird. Ich schätze erstmal so auf 10 cm Schnee. Bin mir aber nicht sicher, weil das alles weggeflogen ist. Es fährt sich schon relativ schwer. Ja. Aber auf die Idee zu kommen, mal den Fahrradweg hier zu räumen, da kommt keiner. Das ist ja auch nicht wichtig. Alter ey. Alter. Ja. Ich bin gerade erst mal 15 Minuten unterwegs. Und es ist einfach richtig kalt. Wenn ich das Handy raushole, erfrieren mir die Finger. Alter sich frieren den Fingern. Weiter geht's. Leute, ich kriege einen Glaps hier echt. Das habe ich mir dabei gedacht. Das ist der Wahnsinn. Gefühlste Temperatur, minus 10 bis minus 15 Grad. Ja, und ich fahre schon seit 20 Minuten. 21 Minuten. Ja, ich nehme euch jetzt mal hier ein kleines bisschen mit. So komme ich voran. Fast nicht mehr möglich. Aber die Straße ist zu gefährlich. Es kommen ständig Autos. Und das ist sauglatt auf der Straße. Das mache ich jetzt lieber nicht. Was geht's. ... So. So. Untertitelung des ZDF, 2020